Ich hoffe, das ist ein Neu-Update. Wahrscheinlich, ne? Der Entwickler hat übrigens noch mehr Spiele. Achso, Interagieren, hö? Nein, ich nehm sie mal nicht. Hä? Wieso konnte ich jetzt die Pillen nehmen? Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie es geht. So, easy. Ein Leben. Okay. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie es geht, das Spiel. Shooting yourself? Achso, ja. Ich schieße mich selbst an. Läuft das Spiel flüssig? Oh, Gott. Läuft das Spiel flüssig oder nicht, Leute? Da war ich. Vorsichtig, jetzt. Werde ich sein, keine Sorge. Oh, nein. Oh, mein Gott. Wie viel? Was? Achso. Drei von Eins, zwei, drei, vier Von acht. Der Enter, der, was? Drei von acht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist eher geringer. Okay. Ich schieße mich selbst an, weil sie geringer ist. Jetzt haben wir... Jetzt ist Hälfte, Hälfte. Ich schieße ihn an. Anscheinend war ich der Einzige, der am Anfang verkackt hat. Yes. Also, bis jetzt ist das Spiel so ähnlich, aber es war ein neues Update anscheinend. Runde zwei. Lass uns das interessanter machen. Genau, wir haben jetzt Items. Gibt's aber neue Items jetzt, oder was? Hm. Ich hab irgendwas gesehen von Double or Nothing. Also, entweder alles oder nix. Ends round on last shell. Warte mal, das hier entfernt die Munition, die momentan drin ist, ne? Ich schieße mich normal an. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit? Messer, sehr gut. Oh! Das ist neu, glaub ich. Irgendvertrag. Okay. Warte, achso, zwei Blanks, zwei bedeutet das jetzt Hälfte, Hälfte? Und was ist mit dem anderen Platz? Oder ist es jetzt Hälfte, Hälfte, oder wie ist das jetzt? Ich bin verwirrt, weil... Ich bin ein bisschen verwirrt, weil, guck mal. Wir haben ja vier Blanks, ne? Aber dann gibt's hier noch vier, wo nix drin ist. Können wir das auch verschießen, oder nicht? Oder ist es jetzt wirklich Hälfte, Hälfte? Ich muss nehmen mal ein Bier. Aber ich bin ein bisschen verwirrt. Oh! Jetzt ist 50-50. Jetzt ist ja 50-50 Chance, ne? Ich nutze mein Gegenstand noch nicht. Oh, nein! Scheiß Dreck. Nicht dein Ernst, oder? Jetzt verstehe ich 50-50. Ich dachte... Ich hab das irgendwie falsch verstanden. Ich dachte, wenn das... Oh, mein Gott. Ich hab das wirklich falsch verstanden. Ach, hier, jetzt... Also, ich dachte... Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit... Okay. Ich hab... Ich bekomm keine Lupe, Mann. Was für ein Pest ich aber auch habe. Ich hab keine Lupe, ne? Soll ich es riskieren? Aber dann werde ich definitiv nicht gewinnen. Okay, machen wir mal. Wenn ich... Wenn ich jetzt... Nicht treffe, mach ich auf jeden Fall... Scheiße. Okay, jetzt ist 50-50. Ich hab die... Nochmal... Nochmal... Pfff... Oh... Ihr könnt sich erst mal leben. Ich glaube, das werde ich verlieren. Er hat viel mehr Items. Er hat Lupe. Oh, Mann. Sehr interessant. Pisst mich das an, Mann. Und jetzt gibt ihr mir... Okay, das war's. Das war's, Mann. Das war's. Scheiße. Attackier dich doch selbst. Oh, da ist jetzt noch ein Schusstöner. Und den letzten Schuss benutzen wir natürlich, um ihm eine schöne Lektion zu erteilen. Okay, jetzt steht es wieder ungefähr gleichstand, nur dass er noch Zigaretten hat. Bitte die Lupe. Okay, 3-3. Wenn ich jetzt anfange, dann... Ach, scheiße, er fang jetzt an. Nee, ich fang an. Das ist was? Okay, jetzt ist die Chance höher, dass ich ihn erwische. Komm, wir riskieren's. Ist das Risiko? Die Wahrscheinlichkeit ist aber höher, dass wir ihn treffen. Okay, letzte Runde jetzt, ne? Endlich kommen wir zum finalen Showdown. Kein Fridolatorenberg, keine Bluttransfusion. Jetzt du und ich, wir tanzen. Zwischen Lehm und Tod. Oh mein Gott, das ist neu, oder? Oh mein Gott, das ist neu, oder? Vier Gegenstände. Vier Gegenstände. Ne, das sind aber... Achso, das sind vier. Immer in der Lupe. Hm. Okay. Machen wir mal den. Wenn da jetzt einer... Das ist ein Fake gewesen. Das heißt, wir können... ihn einfach attackieren und sicher gehen, dass es trifft. Hä? Warte mal. Oh nein, das war nur eine. Scheiße. Das war leider nur eine. Gut, die sind nicht so schlimm. Hälfte, Hälfte wieder. Jetzt gehen wir erstmal leben. Wir haben nicht so viel Platz hier. Jetzt überlege ich da, oder? Ich könnte das Bier benutzen. Bitte, bitte ist ein Fake. Oh, das war ein Fake. Bitte gib mir... Komm schon. Auch ein Fake, ne? Das heißt, wir attackieren uns selbst. Also, es waren jetzt zwei Mal Fakes. Das muss ich jetzt treffen. Er hat auch keine Heil-Items, ne? Das ist das Gute. Aber er hat andere gute Items, leider. Wie... Ah, Handschellen zum Beispiel. Das war so klar, Mann. Das war leider klar. Oh, okay. Oh je. Ich hab Handschellen an. Das spiel ich so intensiv, ne? Das ist nicht mehr normal. Oh, Digger. Oh, Mann. Ja, das war's. Das war's, leider. Bist du bereit? Für was? Ja, was soll ich machen? Ist da noch... Ich hab überhaupt noch einen Schuss drin? Du hast zwei Leben, ich weiß. Aber das gewinne ich nicht mehr. Ey, er setzt sich das selbst auf. Voll lustig eigentlich. Och, Digger. Nicht dein Ernst, oder? Oh, Handschellen. Zigaretten. Handschellen geht aber nicht zweimal hintereinander, ne? Ist das Erdland, oder was? Hä? Jetzt bin ich lost. Jetzt bin ich wirklich lost. Ich verstehe das gerade wenig. Weil er hat ja nachgeladen. Aber wie... Wie... Wie sieht es aus? Wieso hat er nachgeladen? Ich sehe doch gar nicht, wie viel Munition drin ist. Oh, mein Gott. Digga, kannst du mal schießen? Scheiße, das war's für mich. Das überlebe ich nicht. Oh, sehr gut. Bitte kommt, da kommt noch ein Schuss raus, bitte. Das war so klar. Das war so klar. Oh. Das Ding ist, ich sehe halt nicht mehr. Ah, doch, jetzt sehe ich es. Okay. Bin ich dran, bitte? Bitte, ich bin dran. Yes. Soll ich die Lupe einsetzen? Ich mach's mal. Okay, war klar. Das Spiel müsste man online mal spielen, ne? Das wär witzig. Wieso kann man das nicht online spielen? Das wär doch voll geil. So, Messer. Ich hab vier Leben. Okay, sehr gut. Dann bin ich jetzt wieder am Gewinnen. Also, naja. Ich könnte es jetzt eigentlich schaffen, ne? Weil jetzt... Also, kommt drauf an, wenn ich jetzt schieße. Jetzt gibt's nur eine Frage. Ja, komm, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es ein Schuss ist. Ich... Ich geh jetzt aufs Ganze. Es muss schießen. Drei zu vier, dass es schießt. Drei zu zwei, mein ich. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Geld. War da nicht irgendwie irgendwas mit Double or Nothing oder so? Das war doch das Update, oder nicht? Doppel-Draw gar nix, oder... Funktioniert das jetzt nicht? Du musst die Pillen nehmen. Okay, das machen wir jetzt. Also, wir spielen's nochmal. Wow, das war aber voll spannend, einfach. 66.000. Weiß ich ja nicht, ob sich das gelohnt hat. Bin auch am Überlegen, Leute. Hä, das Spiel hat sich einfach geschlossen. Lul? Okay, dann nehmen wir jetzt die Pillen. Eigentlich hätte ich die von Anfang annehmen können, aber ist okay. Ist okay, war ja ein neues Update. So. Ja. Okay, und jetzt? Kann ich auch was anderes nehmen? Nö. Hey, der Typ ist weg. Boah, ich sollte auch mal wieder in die Disco gehen, glaub ich. Bitte nur Zeichner. Okay, was ist das hier? Achso, ist mein Name wieder, ne? Okay. Aber was ändert sich jetzt genau? Zwei Lupen? Schon gut. Fifty-fifty. Hm. Fifty-fifty. Yes. Sehr gut. Scheiße, ich hab die Watt-Handschellen. Okay, sehr interessant. Das heißt, ich muss das nochmal gewinnen, oder was? Muss das diesmal noch schlauer angehen? Der Typ ist so ein Duddy, der hat mir keine Handschellen benutzt. Nice. Uh. Wow. Gutes an. Fifty-fifty. Fifty. Ein Leben hat er noch, ne? Kind of easy glow. Let's go. Yay! Nanny wins. Nanny wins. Oh Mann. Ist das gute Sachen? Ich glaub, obwohl die Disco hatten sind gut. Wieder fifty-fifty. 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 Ähm. Ähm. Ich unterkeh' mich selbst. Uuuuh. Am besten mal die Augen zu machen, in dem Moment. Ähm. Handschellen oder nicht Handschellen? Mach' ich mal. Yes. Okay, sehr gut anfangen. Er hat leider eine Lupe, Digga. Was für ein Glück hat der Mann. Hm. Es ist Fifty-fifty, ne? Komm. Fifty-fifty. Let's go. Oh, nein. Uuuuh. Da ist die Lupe ein, Digga. Jetzt tut er mich scheiße. Oh, ne. Hä? Yo. Was für ein Glück. Okay. Nur mal den hier und dann entscheidest, was ich tue. Okay, ich schieße mich selbst an. Und nochmal selbst. Geht das? Oder wie funktioniert das? Ja. Okay. Interessanter Zug. Mh, schon wieder. Was für ein Pech aber auch, ey. Ah, Bier. Ich schieße ihn an, wenn dann der Blaue rauskommt. Fifty-fifty reicht mir. Alter. Er hat zwei Lupen, Digga. Er hat über zwei Lupen. Einfach. Scheiße. Scheiße. Ja. Okay. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Gibt's Schlimmeres. Okay. Das ist doch schlimm. Scheiße. Oh, mein Gott. Oh, nice. Zigaretten. Zwei Zigaretten. Perfekt. Schon wieder. Schon wieder. Das ist unwahrscheinlicher. Ich frage, soll ich das Bier nehmen oder einfach schießen? Bitte, da kommt was Blaues raus. Bitte. Ja, okay. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit ist so hoch, dass ich ihn treffe. Boom. Gigi's. Gigi's. Er hat über zwei Lupen. Schon wieder. Jetzt wird er mich attackieren. Ist aber nicht so schlimm. Ist immer noch Gleichstand. Oh, Digga. Was ist denn ein Päschen? Was ich aber auch habe, ne? Ist ja nicht wahr. Hä? Nochmal? Bitte gib mir eine Lupe. Okay. Keine Ahnung. Handschellen. Das ist gut. Ist das gut oder nicht? Halb, halb. Wir gehen ihm erstmal Handschellen. Was war das? Zwei Schüsse? Ein Nichtschuss, ne? Das ist gar nicht gut, Leute. Okay, nein. Okay, 50-50. Ich glaube, ich habe gewonnen, oder? Erstmal Handschellen. Ne, ich habe keine... Komm schon. Das muss die blaue sein. Ich habe auch das Pech. Ich habe wirklich so Pech, ne? Das ist einfach nicht mehr normal. Wie viel Pech habe ich bitte jetzt? Also ich check das auch nicht. Okay. Okay, 50-50 schon wieder. Handschellen? Ach stimmt, ich hätte Handschellen behalten. Komm schon, Digga. Das blaue muss rauskommen. Okay. Wir haben die dann auch gewonnen. Ich weiß nicht wie, aber es ist... crazy. Okay, sehr nice. Oh, yeah. Ich gebe jetzt mein Bestes ohne Scheiß. Aber ich hatte auch echt Pech gleich da runter. Ich weiß gar nicht, wie ich gewonnen habe. Ah, Lupe. Oh mein Gott. Was? Zwei Leben nur? Warte, das ist doch die dritte Sunde, oder nicht? Wir haben ja noch zwei Leben. Und was? 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 Kann ich noch zurückgehen? Das war's für mich. Das war's. Das war's. Digga, ich habe nicht mal gesehen, was... Ich hatte so ein Glück, ne? Double or nothing, klar. Kann man doch wirklich hier Highscores bekommen, oder was? Okay. Ich glaube, ich gewinne auch immer, oder ich gewinne meistens, weil ich anfange, glaube ich. Würde er anfangen, würde es eher so sein, dass er gewinnen würde. Okay. Anstellen, sehr gut. 50-50 wieder. Hmm. Ich will erst mal anstellen. Ich glaube, hier kann man so einen richtigen Highscore bekommen bei dem Game jetzt. Ey, Digga, was für ein Pech. Oh, warte. Warte mal, das war gar kein Pech. Es gibt ja vier, habe ich vergessen. Alter, wie viel Glück hatte ich jetzt bitte? Der hat leider Zigaretten. Scheiße. Warte, ich kann ihn töten. Das ist fake, ne? Okay, jetzt... Jetzt bin ich drin, oder? Er darf nicht jetzt zum Zug kommen. Das ist das Ding, weil er Zigaretten hat und so. Habe ich jetzt auch. Okay. Zwei Blank, ein... Alles klar. Ja, das habe ich gewonnen, oder? Nee. Da waren zwei Blank drin auf. 50-50, bitte. Das habe ich schon gedrückt. Ich habe verloren. Scheiße, Mann. Sehr gut. Double or nothing. Hat ja gut funktioniert. Gehen einen Versuch machen wir noch. Ach, Mann. Ein Versuch geht noch. Handschelle wäre es gewesen, ja. Aber ich habe leider die Waffe gedrückt und ich glaube, dann gibt es kein Zurück mehr. Obwohl, weil, gibt es da noch ein Zurück dann, oder nicht? Weiß ich gar nicht. Okay. 50-50 wieder. Es gäbe, dass da habe ich ja Angst, dass das Spiel schließt. Seht ihr? Ne, es gibt dann kein Zurück mehr. Ich habe jetzt Ausversuchsinn gedrückt. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Gott sei Dank. Ach, scheiße. Er hat... Oh, Mann. Das ist voll unwahrscheinlich. Wir haben nur zwei Leben, Digga. Er hat dieses... Er hat dieses Ding dort. Ah, ne, warte. Da ist ja gar keine Munition mehr drin. Okay, wie viel haben wir jetzt geschossen? War das 2-2, oder? Oder... Das heißt, jetzt muss ja ein Schuss drin sein, ne? Oh, ich habe verloren. Digga, gleich am Anfang... Ah, ne, habe ich nicht verloren. Hä? 50-50 schon wieder. Okay, das entscheidet. Anschellen? Komm schon. Digga, also... Komm. Da ist es halt echt Pech, ne? Warte. Was habe ich getan? Das war dumm. Okay, das war meine. Das war einfach dumm. Er hat keine Lupe, aber... Das war ein absolut dumm, ey. Oh, nein. Nein! Hihi! Okay, das war's. Digga! Digga! Was ist passiert? Äh, war er dumm? Was ist passiert? Ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass ich verliere. Hä? Digga, bin ich lost, oder was? 50-50, ne? Ich kann mich nicht selbst anschießen, Mann. Machen wir das nochmal? Ja, das hilft mir ja viel weiter. Jetzt müssen wir aber hoffen, dass es auch trifft. Bin ich noch einmal dran? Komm, jetzt... Jetzt... Okay. Oh mein Gott. Zum Glück hat er nicht mitgezählt. Okay, let's go. Das wird mein letzter Versuch jetzt sein, wahrscheinlich. 4-4. Hälfte, Hälfte. Okay. Viel Leben finde ich auch besser, muss ich sagen. Mann, das wäre echt ein cooles Multiplayer-Spiel. Dafür würde ich gerne Geld bezahlen. Äh, hm. 4-4. Okay. Jetzt kann man Handschellen benutzen. Es ist zwar ein Glücksspiel, aber man muss sagen, es ist ja... Wir fangen ja immer an. Was quasi bedeutet, dass es... Er trotzdem auf unserer Seite ist, ne? Wuppe, Handschellen, sehr gut. Hätte ich behalten, dafür nächste Runde. Achso. Oh. Ich dachte, er behält sie. Okay. Sie ist mir. Oh. 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 Das ist klar, okay. War ja klar. Wusste ich. Scheiße, zwei Leben. Oh no. Schon viel Loopen. Okay, das ist gut. Alter, das ist aber auch irgendwie weird, ne? Also die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir nicht... Ey, ich wette, ich... Oh, nee, also... Ich glaube, ich muss die Lupe verwenden. Okay, das heißt, wir haben zwei Schüsse. Das ist gut. Oh! Oh my god, ich hab' vergessen, dass da zwei sind, die... Oh my god, nicht wahr? Okay, jetzt aber, jetzt, jetzt... Warte. Warte mal ganz kurz. Ist da jetzt was drin, oder nicht? Ich bin voll lost gerade, irgendwie. Weil da... Da ist ja eine rote Patrone. Ich werde voll lost. Okay. Ich setz die Handschellen mal nicht ein. Genau. Ich werde den einfach einmal anballern, das reicht. Okay, aber jetzt endet die Runde, ja. Das war ein ganz guter Zug. Hoffentlich bleibt das auch so. Gut, gut. Gute, gute Sachen. Fifty-fifty wieder, okay. Ich mach' erst mal die. Erst mal anstellen, dann... Warte, dann nach die Lupe, glaub' ich. Ob ich hätte zuerst die Lupe einsetzen sollen, das war blöd von mir. Und dann ist und haben wir gewonnen, okay. Obwohl, wird der Tisch nicht eh erneuert? Ich glaub' der Tisch wird eh erneuert, oder? Okay, letzter Versuch jetzt. Anscheinend war ein unnötig, ja. Aber ich glaub' wird eh erneuert, der Tisch, oder? Ja. Also war's eh egal. Also Lupe und Messer ist schon gut, ne? Muss man sagen. Schon echt gut. Schon wieder fifty-fifty. Und dieses Mal haben wir acht Dinger drinne. Okay, ich schieß' mich selbst an. Und danach Messer und ihn. Bitte. Glück ab. Ich will gar nicht gucken, was er macht, ey. Ich will einfach weggucken. Ich kann mir das nicht antun. Er hat zwei Messer. Oh, Mann. Warte, wie, wie sieht's aus mit denen? Oh, nee. Das war's für mich, oder? Das war's, ja. Ey, sorry, aber wie viel Pech kann man da haben, Mann? So, die letzte muss jetzt eigentlich eine Baffe, äh, Kugel sein, oder? Ich glaub' die letzte ist ne Kugel, ne? Oh, mein Gott. Digga, fast hat er mich zerstört. Ich dachte, ist er vorbei, Digga. Ich dachte, ist er vorbei. Okay, double or nothing. Klar, deswegen, ich spiele... Also, ich warte das immer mal ran, bis wir sterben. Obwohl, das heißt dann auch, dass... Hm, ich glaub' ich würd, wenn ich den Weltrekord hätte, würd ich aufhören, glaub' ich. Oder meinen eigenen Rekord geschlagen habe. Hälfte, Hälfte. Okay. Scheiße. Also, wenn ich jetzt mich selbst steffe, dann ist das wirklich... Oh, das war's. Gigi's. Och, komm schon. Okay. Höh? Digga? Oh. Aber ich lebe noch. Warte, was jetzt? Jetzt ist 50-50, oder wie? War das 50-50? Das heißt, die letzte, da ist nichts drin, oder wie? Ich hab' nicht mitgezählt. Scheiße. Äh, in der letzten... Warte, war da jetzt was drin, oder nicht? Ich glaub' nicht, ne? Ich glaub' ich muss mich selbst anschießen. Oh mein Gott. Ich muss echt besser mitzählen, Mann. Ich brauch' was zum Heilen, ey. Für euch erschaffen, er hat drei Leben. Das war's trotzdem. Das war's. Warte, was kam da? Warte, warte, warte. Ich bin jetzt lost. War der jetzt am Anfang, als ich dem Bier genommen hab, ein normaler Schuss drin, oder war... Digga, ich kann nicht mehr klar denken. War der jetzt ein normaler Schuss drin, oder am Anfang, beim Bier? Abschneiden, abschießen. Sicher? Letzter Schuss ist rot, okay. Shit, Digga, ich bin voll lost, gerade. Ich kann nicht mehr denken. Okay. Dafür sind wir da, ist so. Okay. Bitte gib mir rot. Mach einfach, mach einfach, mach einfach, mach einfach. Mach einfach. Digga. Da hat er noch ein Leben, also, bitte. Bitte, ich schau' nicht hin. Ich kann nicht glauben, dass es immer noch läuft. Hm, das sind keine guten Gegenstände, leider. Das sind keine guten Gegenstände. Seine sind besser, finde ich. Seine sind besser. Das war's. Sehe ich, was da rauskommt? Oh. Oh. Okay, er schießt mich an. Jetzt ist 1-1, oder? Komm, wir gehen das Risiko ein. 1-1, wir gehen das Risiko ein. Glück gehabt. Okay. Kann ich erstes Mal Double or Nothing gewinnen, bitte? Okay. 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 Das wär' richtig geil. 4-4. Oh. Bitte, 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 bitte. Was? Trifft dich selbst. Ah. Oh. 1-1 ist jetzt, oder was ist jetzt? Ja, Digga, wie kann man sich das merken? Ich versteh' das nicht. Es kann nix passieren. Achso. 50-50. Ich muss mir das jetzt erstmal mehr besser merken, ey. Zeit, um mein Gehör reinzuschalten. Sehr gut. Da kam eine Blanke raus, ne? Ne, die nächste ist eine Blanke. Genau, so war das. Ne, die nächste ist eine richtige. Genau. Genau, genau. Ich glaube, jetzt würde ich mich selbst anschießen. Er hat auch keine doppelten Schaden. Okay, kann ich es in einer Runde beenden? Das wär' richtig krass. Komm, let's go, probier' mir mal. Das wär' richtig krass. Kross, kross. Ich werd' immer reicher, Leute. Let's go, Double on Nothing. Hälfte, Hälfte. Ist immer Hälfte, Hälfte? Eigentlich nicht immer, ne? Es gibt nie mehr, es gibt fast nie mehr Schüsse als Blanke. Ja, Hälfte, Hälfte. Oh, Mr. Peter, ein Dank ist schon wieder für deine Donation. Vielen Dank. Verweifert. Danke, danke. Hm. Komm, ich schieße mich selbst an. Obwohl, tue ich das? Ne, tue ich nicht. Let's go. Warte mal, kann ich mich auch heilen, wenn ich, ähm, drei Leben habe, kann ich jetzt vier haben, wenn ich mich jetzt heile? Geht nicht, oder? Ach, das geht. Oh, mein Gott. Das wusste ich ja gar nicht. Das heißt, ich kann zwei nehmen, einfach? Hahaha. Luli. Voller Cringer-Typ. Der ist ein bisschen cringe. Na? Hä, ne, es geht nicht. Okay, wie viel Munition ist das denn? Hat jemand mitgezählt? Kein Mord mehr. Spaß. Wie viel Munition war da jetzt drin? Oder kann was passieren? Kann nichts passieren? Ich weiß es doch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ist da Munition drin oder nicht? Ich glaube, da ist es nicht. Ich glaube, da ist es. Ich glaube, da ist es. Schieß einfach. Lul. Ja, dieser Fehler würde mich aber wahrscheinlich das Spiel kosten, leider. Die 100.000, was mache ich denn mit der Kohle jetzt, Mann? Acht, acht Sachen. Digga, jetzt muss ich mir alles merken. Kann ich doch nehmen, oder? Nein! Kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr auf dich, alles. Ach, komm. Ich glaube, ich gehe kopfvolles Risiko jetzt. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt geringer, dass wir schießen, aber... Oder, warte mal. Ne, er hat dieses Ding. Das kann ich nicht machen. Ich kann mich nicht selbst hier anschießen. Ich muss hier nochmal anschießen. Es geht, es... Krass. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, man kann nicht mehr Leben bekommen, als mit dem, mit was man startet. Ne? Wenigstens wissen wir es jetzt. Okay. Yes! So, nicht anders. Ich glaube, ich darf nicht sagen, ob es eigentlich so ein ähnliches Spiel gibt, irgendwo. Was irgendwie so ähnlich ist. Oh, viel weniger Schüsse. Okay, ich glaube, ich baller mich selbst an. Oder? Ja. Und jetzt, komm. Gib mir noch eine blaue, hier mit dem Bier. Jetzt ist 50-50. Jetzt ist Wahrscheinlichkeit höher, dass wir ihn treffen. Scheiße. Jetzt ist 1-1, ne? Was ist jetzt? Hälfte, Hälfte, oder was? Was ist jetzt? Was? Heil, ja, äh, rote, ist er eine rote? Eine rote Schuss noch, okay. Wenn nicht, bann. Digga, ich bin voll lost bei dem Game, Mann. Ist mir alles zu kompliziert. Statt Mut gibt's Bann. Ich will mich gar nicht selbst, aber ich glaube, ich muss. Das war's, GGs. 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 Ich habe einfach nur auf seine Waffe geschauten und dachte mir so, oh mein Gott. Er hat dieses in den Gegenstand. Oh. 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 Ich bin noch nicht tot, Baby. Was ist jetzt? 1-1, oder was? Da können wir auch nicht mehr... Ist jetzt 50-50, oder was? Scheiße. Bitte gib mir ganz viele Zigaretten, Mann. Eine Zigarette? Dein Ernst? Digga, ist das dein Ernst jetzt? Das war's. Und er hat dir auch noch eine Zigaretten. Scheiße, Digga. Noch lebe ich, aber. Bitte gib mir Zigaretten, Mann. Keine Zigaretten, Digga. Oh, no. Keine Zigaretten, das war's. Ziemlich sicher verloren jetzt. Ich kann mich nicht selbst anschießen. Muss aber noch besser hoffen. 50-50 war das jetzt. Aber jetzt ist wieder... nicht 50-50. Okay. 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 Oh, nein. Er hat die Lupe. GGs. Er hat die Lupe. Er hat zwei Lupen. Er hat zwei Lupen. Ja, ist vorbei. Ach, Mann. Schade, Mann. Okay, die Letzte wird ja aber jetzt ein Schuss sein, ne? Okay. Ja, das war's. Das war's. Das war das Update, Leute. Da habt ihr es. Bzähähähäh.